willkommen zurück und ich denke das wird jetzt mal langsam eine letzte aufnahme für heute ich habe schon genug aufgenommen und erst mal das herz gibt uns das herz ehrlich ich krieg das ab noch bekommen so und nein nein das war eine schlechte das ging ja gerade noch mal gut und ehrlich gesagt habe ich langsam genug von diesen unterirdischen lichtwelten naja deshalb ist es wahrscheinlich auch wie gerade gesagt meine letzte aufnahme für heute das war knapp dass du auch knapp der typ kann ich mal und jetzt geht's hier hoch und runter okay das muss ich mir merken zwei leben so opfert man sich bleibt da stehen in der mitte warte 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 darum war noch ein leben dann schärfe ich mal kurz die unerwartet wieso bin ich gerade gestorben genauso war das eben auch schon geplant okay es ist cool wenn ihr aus anderen ebenen kommen und auf mich dann drauf kommt ich finde das cool also so wie das gerade war dass er direkt vor der kamera war okay und jetzt kommt zwei pass auf okay komm schon und daran geht's und fertig naja was ist fertig jetzt wir erstmal gerade werft der enten da rein hatte da müll schluck oder was ja gerade noch geschafft wieso wirft er da enten rein ja ich danke der typ danke wie soll das gehen ach so ist so ach so ich dachte das ja nicht ja das ist doch sonst sehr easy weil ich denke auch dass ich oben einfach da lang vorbeikommen könnte wenn ich das denn dann wollten wollen würde was wieso war ich gar nicht gerade was wieso wieso bin ich gerade gestorben bin ich erstickt oder was ich hab's nicht egal andere seite muss ich von dir okay ich hab geschafft königin ich hab dich gerettet habe ich gerne getan yeah ich bin batman nein okay ja ich ersticke gerade hier unter wasser okay so jetzt haben wir den auch schon mal tot okay da konnte ich jetzt irgendwie gerade nichts tun okay was ist das sind es irgendwie granaten ehrlich okay es wirklich ein bisschen super mario jetzt nach mache diese granaten wow hey ich hab's überlebt aber ach ich lass die münze auch da wo sie ist wow nee das hat jetzt nicht ganz so geklappt wie ich es mir vorgestellt habe kann ich eigentlich gegeneinander lenken diese granaten knapp sehr knapp aber ich werde es schaffen ah doch ich kann sie tatsächlich gegeneinander lenken okay okay das war klar hier ist jetzt noch der könig und dann würde ich sagen bin ich jetzt auch schon bald am ziel was ist dir hier an das so schwer wo da war ich doch fast so schnell aber egal ich habe ihn jetzt befreit den könig oh mein gott wer hätte es sein können und der könig ist schwul ich wusste es doch schon und hier durch jetzt kann es aber wirklich nicht mehr allzu weit sein aber ich bekomme handschuhe so 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 ist das voll chillig okay jetzt habe ich ein leben verloren ganz gut bin ich dann doch vielleicht nicht was zum teufel nein ich habe das leben nicht mehr ganz bekommen okay das war eigentlich dasselbe wie eben nur diesmal ein bisschen action reicher wie immer und am ende landest du wie die anderen leute mit auf den mond auf mein gott da bist du ja mein gott da bist du ja mein gott hatte ich jetzt gerade umgebracht das kann eben nur ein assozialer mensch gewesen sein boah wie kann man nur wirklich so böse sein verdammt er hat mich getroffen so und nein wieso leckt das okay okay ah cool das klappt jetzt sogar ähm okay okay da muss ich auch aufpassen okay und weiter geht's in die tür rein und über mir ist ein leben warte warte wieso kann ich dich nicht treffen okay das ist nicht der sinn aber wieso kann ich dich nicht treffen wow 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 das habe ich gar nicht gesehen dass es sowas wie die lichter gibt warum war ich dir überhaupt die lichter aus bisher wurden wir nie wurden nie gegner von diesem licht überhaupt getroffen und jetzt bitte wahrscheinlich irgendwo hängen tippt tippt standart geil mir fehlte nur einer das ist so sehr gut von mir aber leider kein gold oder das war glaube ich kein gold rumlos locker war kein gold dann ja das habe ich es eigentlich geschafft und ich würde sagen ich bin sorgen ich würde sagen ich bin ko wollte ich sagen und wir haben das nächste level ins freigeschaltet und das sieht einfach mal übertrieben episch aus das sieht so übertrieben episch aus verdammt ja ich freue mich schon auf das musiklevel und hier auf den endgegner und dann verabschiede ich mich denn ich hört es wirklich auch auf zu auf ich hört es wirklich auch auf aufzunehmen ihr könnt euch wahrscheinlich weiter die videos noch angucken ich habe und ich wünsche euch viel spaß noch und tschüss